Es ist größer als gedacht und für eine Höhle sogar gemütlich. Rainbow, kundschaftet den Raum aus und stellt sicher, dass in den Nischen nicht irgendwelche fiesen Spinnen auf uns lauern. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung! Fremder Planet Ich bin gelandet Wie mit einem Schiff Auf einem Riff Im Meer gestrandet Alles in Ordnung Komm, Rain Huhu! Ein Mädchen! Aber was macht die denn da? Du hast einen richtigen Vogel! Wie heißt der denn? Kann er sprechen? Ja Ja! Bis zum nächsten Mal.